ok leute willkommen zum akura nsx boya 2017 optik tuning video hier tun wir den ganzen einmal der optik den akura gibt es an sich auch von honda also wird er halt im amerikanischen raum vermarktet in ihm ist ein 3,5 liter hybrid motor hier probieren erlastung 580 ps glaube ich im spiel ist ein bisschen anders dann legen wir erstmal tiefer genau so so qualm geben wie meinem roten qualm passend zur farbe kommen wir zur karosserie ja schauen wir mal an felden vielleicht gibt es natürlich immer nur den konsorts und dann die ganzen anderen wo es sowieso gibt schade schade gelochter bremsen hat er schon dann lassen wir das einmal so hinten da auch schon gelochte bremsen der seiten schweller was geht hier naja der gefilter ist schon gezogen und macht die optik ganz ein bisschen tiefer seitenspiegel da geht eh meistens nichts außer diese standardauswahl und die ist meistens katastrophal das finde ich echt naja egal das ist auch so kiemen auch wieder so ja also high kiemen das ist halt nicht so richtig das geht auf der haubleberg so mit schwarz schwarz und mit ding dran schwarz ist schon mehr jetzt sollte sich gar nicht die schenken und sollen auch die spätmasse stimmen naja ist im spiel da sieht man es nicht die farbe durchschauen die grille ja das nicht mehr so eine feierbare lippe dann sieht halt nur das wirklich gut aus dann behalten wir das oder gefällt mir zumindest glaube ich auch nicht von kleidblech ja das was der von spitante das ist schuss das ja man muss zweiter bis müssen schon ein luft ein glas des issues Das könnte ein Elektromotor ... naja, was würde ich jetzt aber ... Okay, mein Soundsystem ... Zum Beispiel gemacht ... Heckleuchte ... Ich könnte schärfe, dunkle machen ... Na, ich fang erst mal von unten an ... Heckleuchte ... Nee, das ... passt nicht dazu ... Diffusung ... So, der passt nicht gut rein ... Veränder die ... Das ist nochmal so genau ... Dann nehmen wir die ... Es geht bei ... Ausbau so ... Äh ... Die gibt nicht nur ... Verdächtigen ... Nichts besonderes ... Weil das ... Wird so eine Golf ... R6 ... Optik hier auch nicht schlecht ... Aber ... Naja ... Heckstoss ... Das ist an der Seite so ... Gegengestriffen ... Kindergerecht nicht so viel ... Spoiler ... Spoiler, Spoiler, Spoiler ... Nee ... Nee ... Ja ... Bisschen flacher ... Da wär's schon ... Der zum Beispiel ... Der wär's ... Der ... Sieht noch besser aus ... Aber der ... Ist der noch eine Fick ... Finde ich persönlich ... Und den nehm ich auch ... Hä ... R6 ... Läk ... Da ... Wundfu ... Sattir kann mir ... Eure ... Da kann man ... Ja ... Näm ... ... also das gerade mit dem roten auf dem logo war das hier das mit dem roten logo das sieht echt sehr gut aus aus Ja, und die Sticker, das ist echt cool, dass Sticker passen, da finde ich nicht so ein, aber... Es ist immer hier. Ja, genau, so stelle ich mir das irgendwie vor, das ist so ein richtiges zu-Stick-Auto. Jetzt Stickerbau unten oder sowas. Genau, die nehmen. Tja, so sieht es jetzt in meiner Kura NSX aus. Tja, Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist immer mehr. Ich bin heute auf meiner Kura NSX-PYR-CY, Untertitelung des ZDF, 2020